Zerfus Biotox hier, neue Fortnite-Herausforderung. Fortnite Nummer 3 und zwar hat die Quest zugänglich, indem du das Emoticon Shadow Trooper am westlichsten Punkt einsetzt. Und danke dafür, Epic, ich kann die Quest wieder mal nicht machen. Scheiß langsam, das Spiel regt mich langsam auf, echt. Hier ist der Emote, wieder 58. Wo bin ich wieder? 38. Ist schon wieder lächerlich, dass man dafür dauernd diese Battle Pass-Kacke braucht. Ach, Mann, nur weil ich keine Zeit zu zocken habe, das regt mich so auf. Ja, jetzt muss ich euch den halt ohne Wien nur Mut zeigen. Das nervt mich echt. Das nervt mich. So, hier gleich am Anfang raus. Auf geht's. Hier westlich bei Snobby Shores ist der westlichste Punkt. Und zwar genau hier vorne da. Und da fliegen wir jetzt hin, dann zeige ich euch den noch schnell und dann könnt ihr den da einsammeln. Und ja, die alten Fortbytes, die ich verpasst habe, die werde ich noch in dem Video zusammenfassen, wie gesagt. Aber ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Außerdem muss ich eh noch erst in den Battle Pass hochkommen, weil die Hälfte wieder davon Battle Pass-Quests sind und ich das sonst wieder nicht hinkriege. Oder nicht machen kann und das nervt halt. Ich würde die euch schon gerne komplett präsentieren. So, hier liegt der Fortbyte. Da müsstet ihr normalerweise jetzt dann in euer Emote-Rat hier gehen, da den entsprechenden Emote ausführen. Dann wird der freigeschaltet. Hoffentlich hat es euch geholfen. Lasst ein Like da. Schaut in der Beschreibung vorbei. Da ist der Link zu seinem Instagram. Und ciao.